Rund 100 Mann der örtlichen Feuerwehren und viele, viele private Helfer haben alle Hände voll zu tun, vor allem mit dem Absichern von abgerutschten Hängen. So wie hier auf der Bundesstraße 97, etwas außerhalb des Ortszentrums, wo am Nachmittag eine große Mure abgegangen ist und die Straße stundenlang gesperrt werden musste, sind in der ganzen Region Dutzende Hänge ins Rutschen geraten und müssen jetzt gesichert werden. Von den Schäden an der Infrastruktur her schätzt der Feuerwehrkommandant der Stadt, dass sie in die mehreren hunderttausend Euro gehen. Trotzdem, so sagen uns viele Menschen im Gespräch, ist man vor allem froh, dass niemandem etwas passiert ist, dass es keine Verletzungen gab und dass nicht so etwas wie ein zweites St. Lorenzen hier in Murau entstanden ist. Was das Wetter betrifft, sagen die Meteorologen für die kommenden Stunden und auch für die kommende Nacht keine weiteren wesentlichen Niederschläge voraus. Für morgen allerdings traut sich jetzt noch niemand eine wirklich genaue Prognose zu, denn die Gewitterzellen hier im Raum Obersteiermark sind sehr, sehr kleinräumig und da sind exakte Prognosen sehr, sehr schwierig. Eine wirkliche Entwarnung kann also noch nicht gegeben werden. Danke, Gernot Frischenschlager aus Murau oder Murau.